Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur MW 3 Saker Road wieder mit Niko, Ghost, dem Sturmterror und mir und wie gespielt hat man diesen Abschlussbestehen, weil ich Lust drauf habe. So soll der nix sagen. Ja, weil der andauernd nur leckt im T.S. und das ist dann nervig. Ja, versteht man den nicht? Lieber hört man ihn gar nicht, dass man ihn gar nicht versteht. Ich hab den noch nie lecken hören. Lecken hören. Also, aber bei mir leckt es immer, wenn er redet. Bei mir sagt er irgendwie nix. Bernie. Nee, 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 nee. Abschlussbestissig. Ich lebe auf WhatsApp zu. Na, nicht auf Dorn egal. Seine trotzdem. Doch oft tun. Na, na gut, besser als Bootleg, stimmt. Ja. Wenn man muss das alles positiv sehen... Ja. 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 Ich habe es einen besonderen Ök highly Jakarta und Michael Goldschmer. Wer ist es halt in meinem Hof? Na ja, so... Nachtisch declare ein revis... ja so eine Ruhige Hand, ja, ich hab vergessen, mach ich in der nächsten Runde Oh Gott, so eine Scheißwaffe. Terror. Ey. Du hast dich selbst gedötet, dir leid. So, erstmal können wir das morgen machen. Ja, keine Scheißwaffe, drei Meter. Der hat eindeutig Wallhack. Aber der hat extrem gute Reflexe. Nein, er hat Ghosts, oder was auch immer dazu. Ja, stimmt. Nein. Ich hab den Ausfängen gedrückt, mir überlebt, da was wir nicht verarschen. Ja, also mit der AR-12, meine, richtig geil. Ich hab mich selbst gekürt, aber ich hab auch irgendwie nicht geschossen. Ich hab den Kill gemacht, geil. Ich auch, aber das war. Und es ist cool. Wartentätelung. 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 So viele Leute, die gerade anfangen was zu spielen, ne? Das ist schrecklich. Wartentätelung. Und wozu, monsieur Anteselung. Ich wissen, nur, Lukex wird. Ach komm. Das war Bohrhack. Die hätt nicht wissen können, dass ich dahinter bin. Wer hat nun weg? Nein, es ist ein nur so. Da sind die Kills, aber acht K amorphäuser. ich habe auch zwei Kills, aber weil du das machst... Boah, erster Kill mit A12, Junge 2 mit A12, Junge Ich hab 3 jetzt, Alter für das Biest Double-Feed und so, ne? Verkappt hat Reaktion, so Ach komm, ich wollte gerade mal das Moin schießen Ach fuck, ich kann ja nicht mal nützt im Gefecht Ah, ich hab schon selbst geschlüpft Nice Uhhh, befördert Oh, ne, ich hab einen Kill gemacht, aber mit der Granate So, ja, noch von hinten Na komm Na komm Gib dir zu erkennen, ach, da ist ja Großgefühl, weil du da bist du mein Oh ja, oh ja, oh ja, danke dir Gott, danke, du bist du hier in dem Stadter Wieso was euch macht? Oh, das ist deine Westen Ne Abschluss, bitte Ich steh' nicht mit Westen Ne, mit was denn? Ähm, mit Droh ohne Abwurffalle da Diese Vorräten-Dinge Und Bodenluftbeschütz Ja, weißt du Warum? Loll, boah, wie ich keine Killzamt krieg Hab in 2000 reingedruten, die überliebt sich einfach aufs Land Ja, der nicht Aber wir wollen noch werfen Ist man das nicht mehr lebt Ja, wir wollen nach dem Kill War noch zu wenig als du so ein schies Ja, wir wollen noch ein Kill Ach, wo viel Smog wirds gemacht Jawohl, drei Abschuss Serie hier riefer und so fd bodenluftgeschütze macht sogar ein paar killtöcher nicht gestorben ist nur ich ernsthaft die standen dazu tritt so ich hab mir die Kopter und die ähm nichts was so schlecht ist die A12 Abschluss bestätigt ja sie hat nur eine derbs geringe Reichweite Vorräte sind unterwegs Verbündete Predator 3 mit zu ich habe jetzt hier wir kommen geht die nicht alles was wohl läuft ist es ist das auf dem Herrn Langebericht verdammte Reine Wimps die diese Führung hätte nicht gedacht ich dachte ich viele die so extrem Dornbring hast du ein Lack-Hinger hast du ein Lack auch kein lach, es war genau gezielt das bringt es denn ja noch nicht ja ich bin auch verförder worden ach verdammt ja ich... ja alter voll nicht gesehen ach ne da ist nur noch zu ha 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 Kegels snack ich könnte ne bessere Secondary gebrauchen aber ne ich bin schwerer ja ich denke ich auch weil ich das morgen nicht ein paar Kids gemacht ja hallo ja das können wir das morgen nein so ja ist das etwa neun Trino? he 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 ne der Trino macht der Muhr ne der Trino macht der Muhr 15 macht 15 15 15 21 18 ein neues Emblem jetzt hab ich Skorpion A12 Griff ja bleibe ich jetzt mal das mal ja dann gehen wir nochmal auf hardcore CDM würde ich dann sagen nicht bisher ist gut lange folgen sind nicht in dieses Malzweck im Kumpel auch nicht die Städte schädlichen das ist es ist und noch machen sie schützen und nicht mehr und müssen kommt nach und um sie haben alle Schüsse anzuspielen und hat es gut alles geschützt werden gut dass wir aber zu reden Dann mischen wir besser. Ja. Der Umsatz ist mein Lieblings-Map. Na, wo ist ein Terror, Nico? Das, das, Nico, wo? Nico, wo ist ein Terror, da? Nee, mich gar nicht. Das ist ein Schild. Da fällt mir nicht weiter, immer bis Rückendeckung. Ich hab Terror gefehlt. Nochmal. Noi. Hallo, was spielen wir denn? Also, wer mit Einstiegsverzügung haben? Was? Nee. Ja. Jetzt mal gucken. Mal wissen, den Nico zu. Da kennt einer schon. Nico nicht mit der Secondary. Warte, wo? Noi. What the fuck? Na, hab ich nicht gesehen. Ich hab auch grad viel mit dem Smurrum gewollert. Das machte auch nur eine Munition. Ach, verdammt. Ach komm, Soul Ripper, mein. Wenn man hier gar nix reißt so. Not fair. Ey, wir haben beide... Null... Drei... Du hast noch drei, ich hab noch zwei. Ne, jetzt hab ich nen Kill. Drei Kills. Drei Kills. Drei Kills. Und keine Muni mehr mit der Art Zwölf. Und keine Muni mehr mit der Art Zwölf. Drei Kills. Drei Klinkelschule. Ja, ich hab' nicht mehr. Äh, ein... Ah, das ist alles totbaust. Ah, das ist alles totbaust. Uu, ich hab' schon ein letztes Gefecht. Hab' ich keinen... Kuhn das nenn ich mal los geht ich bin hier selbst geflasht gut nur weil du Terror ja ja bleib kacke ich habe ich 5 wir haben gesehen ich bin viel schlechter ah wieder tot alter jetzt die Kämpfe ist es ist ich bin gerade aus dem Motto ich habe mich 0 6 das kennen die hier auch alle da haben wir mitgenommen ich hätte wenig zu essen also 10 sekunden muss ich warten nein Ach, das war Terror. Na, wo ist der Heli? Wo ist der Heli? Na, danke, hat einer meine Fake-Küste genommen. Oh, geil. Ah, ist Telefon! Ich mag Telefon nicht, Telefon ist böse. Verdammt! Ach, komm, Big Smoke, hey! Hab' ich nämlich für Kils 8 und ich hab' nicht meine Opus ausgeschrieben. Oh, Big Smoke, erst ob geht erst von Andreas Entkommen. Oh, noch. Ich hab' nicht, noch nie durchgespielt. Oh, aber was der Anfang ist, Big Smoke ist eine Charakteristik rein, am Anfang ist. Hey, Leute, wie so könnte ich meine Opus, meine. Ihr denkt doch, ey. Ach, verdammt! Ich kann doch wohl gar nix. Ich kann doch wohl nicht gar nix. Ich kann doch nicht meine guter Kils 8,5. Ja, weil ich hab' ein Kils. Ach, scheiße, hier. Dein Komma braucht, komm, mein Gott. Mann. 14 Sekunden warten, das ist wieder was vor. Das ist doch scheiße. Ich hab' hey, ich hab' zwei Kils, ich freu mich so. 3 3 3 richtige ja Falcon X ist halt ein Hacker ja haben wir jetzt eigentlich eine Folge oder zwei? zwei ich werd von den Schrotz haben ja die Schrotz sind fertig dann würd ich sagen bis zum nächsten Mal Justin, Nico und Gust Ciao und 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 und